In vielen deutschen Haushalten steht ja schon, Amazon Sprachassistent Alexa. Weltweit vertrauen ca. 30% der Haushalte, die einen Smart Speaker besitzen, auf Amazons Gerät. Aber viele nutzen das Potenzial, was dieses Gerät bietet, gar nicht komplett aus. Und deswegen schauen wir uns in diesem Video mal an, was man damit alles so machen kann. Viel Spaß! Klar könnt ihr mit Amazon Sprachassistent Musik abspielen oder euch den Witz des Tages vorlesen lassen, aber man kann auch sein komplettes, smartes Zuhause über die Alexa-App miteinander verschalten. Und da ist von Türschlössern bis zu Lampen alles mit dabei, von den verschiedensten Herstellern wie Bosch, Netatmo oder Philips Hue. Mehr Infos dazu findet ihr hier. In der Alexa-App können wir außerdem Routinen erstellen. Also wenn, dann Befehle, dass zum Beispiel Licht und Heizung angehen, wenn ich zu Alexa sage, guten Morgen oder auch zu einer bestimmten Uhrzeit. Möchte ich Alexa verwenden, dann brauche ich ein Echo Dot oder ein Echo Show Display. Das ist quasi das Gleiche, nur noch mit einem Display obendrauf, was so ähnlich aussieht wie die Alexa-App auf dem Smartphone. Und der Vorteil ist, ich kann es nicht nur per Sprache eingeben, sondern gleichzeitig auf dem Display auch sehen, was gerade noch passiert. Alexa bietet aktuell auch die größte Flexibilität im Smartphone-Bereich. Das heißt, wir können verschiedenste Hersteller und ihre Produkte zusammenschalten und das auch oft ohne eine Bridge oder einen Hub zu benötigen. Um Geräte mit Alexa zu verknüpfen, müssen diese erst nach Herstellerangaben eingerichtet und dann in der Alexa-App hinzugefügt werden. Sobald dann der Alexa-Smart-Home-Skill des Herstellers aktiviert ist, kann man per Sprache sagen, was passieren soll und dann wird das ausgeführt. Lasst doch mal ein Like da, wenn ihr auch gerne das Sagen habt. Wer Alexa mit Zigbee, einem Funkstandard für Smartphone-Geräte verwendet, kann in der Alexa-App oft nicht auf erweiterte Funktionen eines Herstellers zugreifen. Das behindert das Smartphone aber nicht unbedingt. Wie viel kostet jetzt so ein Smartphone-System? Also zuallererst brauche ich natürlich so einen Amazon-Speaker, zum Beispiel den Echo Dot. Der kostet ca. 30 Euro. Und dann gibt es für jeden Geldbeutel und für jeden Funktionsumfang eine Lösung. Da ist nach oben hin natürlich keine Grenze gesetzt. Amazons Alexa macht vieles im Leben einfacher. Und wir können per Sprache unser komplettes Smartphone-System steuern. Aber wenn ihr sagt, ich würde gerne noch ein Level höher mit meinem Smartphone, dann gibt es hier ein Video, wo wir uns anschauen, was man alles per Smartphone lösen kann. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!